Guten Tag! Guten Tag! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Diese erfreckend gute Laune! An diesem Montagmorgen! Ja! Den 1. Januar! Willkommen! Einen Sonntag, was? Verdammt! Willkommen beim Kurzwellensender! Diesmal beim ersten Mal geklappt, die Ansage! Hatte ja auch viel Zeit zum Nachdenken! Ich bin Tim und mit mir dabei Philipp Folä! und Jan. Hi. Und Ben. Hallo. Ich habe Phil erst beim letzten Mal als ersten genannt, obwohl er gar nicht da war. Freutscher Versprecher. Ja. Tut mir leid. Ich war krankheitsbedingt ausgeschaltet. Aber jetzt bist du wieder fit? Ja, ich bin nicht mehr krank. Wann ich das letzte Mal fit war in meinem Leben, bin ich mir gerade nicht so sicher. Na gut. Dann kann ich zumindest berichten. Ich habe heute ein Bier mitgebracht und das trinke ich jetzt. Ein Störtebäker. Atlantic Ale. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja, das gab es im Rewe. Prost. Ich habe ein Jevor Fun. Jevor. Immer diese auch mein bevorzugtes alkoholfreie. Immer diese Eufel. Der spaßigste unter den alkoholfreien Bieren. Ja, also es heißt Fun, aber es ist gar kein Alkohol drin. Das ist ja der Fun dabei. Ja, aber das verstehe ich nicht. Na gut. Ja, sonst so. Ja, läuft. Die sind alle wieder gesund und super fresh und energised. Und jung. So jung waren wir noch nie. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Was? Aber ich hoffe kein E-Bike. Nee. Du darfst ja auch ein E-Bike rein. Nur Daniel. Ich gehe hart auf das E-Bike-Alter zu. Nee, das letzte glaube ich noch ohne Motor. Eins von diesen, wie ist der neue Trend? Der geht ja zum Gravel-Bike. Mit so fetten Reifen? Ja, nicht ganz so fett. Eigentlich so normal. Normal-Fett. Normal-Fett, aber für ein Rennrad Fett. So. Okay. Meine Definition von diesen Gravel-Bikes ist eigentlich ein Rennrad mit dicken Reifen, das auch über dem Waldweg fahren kannst. Ich dachte, ein Gravel-Bike wären diese, mit denen du am Strand fahren kannst. Aber dann hieß es ja Sandbike wahrscheinlich. Weil so viele Leute am Strand Fahrrad fahren. Es gibt doch diese... Früher hieß das Radoneur, was ein viel schöneres Wort ist. Es gab doch mal so eine Mode, wo du so dicke, fast so dick wie Autoreifen an so Fahrrädern hast. Ja, nee, das nicht. Okay. Ich habe gerade gegoogelt, Gravel-Bike ist jetzt okay, okay, okay. Okay, dann brauche ich das Foto ja nicht reinposten. Aber ein gebrauchtes. Check-and-and. Check-and. Der Verkäufer sagt ja, eigentlich 1000, aber für dich 600 war es um mich geschehen. Eigentlich 1000, aber für dich 1200. 100. Das sagt ja auch. Okay, ja, das klingt auch gut. Wenn es auch wirklich so war und nicht einfach nur Masche. Wer weiß das schon? Aber glaube ich nicht, der Mann ist nett. War das ein Privatverkauf? Nee, vom Fahrradhändler. Ach so. Ach, sehr gut. Ja, dann wird das schon stimmen. Jetzt muss ich nur damit fahren. Ich habe mir einen neuen Wasserkocher gekauft. Ja, habe ich dir empfohlen. Ja. Gefällt er dir? Ja, gefällt mir. Dann will ich den auch haben. Sag mir mal. Gummerweise ging der Alte einen Tag später wieder. Naja, gut, aber jetzt hast du ja ein besseres. Also hast du jetzt Masche auch an zu verkaufen? Ja. Hast du einen mit WLAN, den man von draußen an machen kann? Nee. Ah. Aber ich habe einen mit Doppelwandigkeit, damit man sich nicht die Flossen verbrannt, wenn man den ausmacht. Ja, deswegen haben wir den auch. Uh. Aber gibt es dafür nicht den Griff? Doch, im Prinzip hast du recht. Dafür gibt es den Griff. Ja. Aber den benutzen wir coolen Leute natürlich nicht. Fass nicht einfach so außen an. Holt das Wasser mit der Hand raus. Ich trinke halt immer direkt aus dem Wasserkocher und wenn ich dabei mit der Lippe gegen das Metall komme, dann tut das weh. Ja, das tut weh. Das stimmt. So hot. Ich verstehe. Gut, ich glaube, wir müssen hier die Sache ein bisschen beschleunigen. Ich wollte noch eine Ankündigung machen, von der noch niemand was gehört hat. Wir sind nämlich jetzt auch auf Mastodon. Mastodon, wie man so sagt, als Ersatzdroge für Twitter. Podcast.social ist irgendwie so ein Server, den so ein paar bekannte Podcast, wie nennt man das? Gesichter? Nein, es gibt ja keine Gesichter im Podcast. Podcast Leute, Münder gehostet haben, wie zum Beispiel der Markus Richter und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Das ist so eine eigene Instanz und haben sie gesagt, da sollen nur Podcasts drauf kommen und da haben wir uns dann angemeldet und deswegen sind wir jetzt auch bei Mastodon unter podcast.social slash, nein, at, at Zahlensender. Genau. Und da posten wir natürlich auch alle unsere neuen Folgen, die aber auch immer noch cross gepostet nach Twitter wandern. Ich habe ja keinen Bock mehr auf Twitter, weil meine App nicht mehr geht, aber das macht jetzt viel. Mal gucken, wie lang. Vielleicht werden wir auch einfach gesperrt, weil Crossposts erkannt werden. Ja, das kann natürlich auch so. Also merkt es euch, podcast.social.at Zahlensender hat den Vorteil, dass unser Name noch da war, da bin ich bei Twitter nicht mehr da, deswegen heißen wir bei Twitter Zahlensender.net, was ja auch passt, weil unsere Domain mit dabei ist. Gut, kommen wir zu unserer. Ganz nett. Gut, kommen wir zu unserer heutigen Episode. Wir reden wieder natürlich über Castle Rock. Beim letzten Mal ging es um die Folge The Box und Phil war ja nicht da. Vielleicht willst du dazu noch was sagen. Also ich habe die Podcast Folge nachgehört. Ich habe nichts Substantielles hinzuzufügen, was ihr nicht gesagt habt tatsächlich. Gut, das war ja sehr erhellend für uns. Nein, ich hatte keine, keine, an keiner Stelle den Gedanken, dass ihr da irgendwas, irgendwas vergessen habt, was ich unbedingt hätte erwähnt haben wollen. Dann sage ich noch kurz was. Vielleicht fällt dir da noch was ein. Ich habe mir diese Endszene noch mal angeguckt mit diesem Marmorklauf und da ist mir aufgefallen, dass sie ja tatsächlich den kompletten Song lang geht. Also da wird ja dieser Song Crying gespielt und da wird nicht nur ein Ausschnitt gespielt, sondern der fängt an und während der Song läuft, sind diese Szenen und wenn der Song zu Ende ist, dann kommt praktisch diese Schrotflinte, die dann auf ihn schießt. Das geht tatsächlich vier Minuten lang, diese ganze Szene. Das war mir gar nicht so bewusst. Das war deine Möglichkeit, noch was zu sagen. Jetzt geht es mit der neuen Folge los. Episode 5 von Castle Rock. The Harvest. Harvest, ja. Ernte. Das klingt auch schon wieder so nach Stephen King, oder? Einfach dieses Wort Harvest oder Ernte. Oder nicht? Was wird denn geerntet? Jetzt sag doch mal. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Bezug zur Folge ist. Tatsächlich muss ich, das wollte ich auch schon fragen. Vielleicht reden wir da am Ende drüber, sonst wenn ihr was wisst, dann keine Ahnung. Schreifen wir vor. Vielleicht reden wir gar nicht drüber, einfach. Vielleicht finden wir noch einen Punkt, wenn wir drüber reden. Genau. Ja, vielleicht kommen wir noch. Ja, wie geht es denn los? Henry, ich habe mir aufgeschrieben, Henry absolviert den Trumpschen Intelligenztest. Ja, das Man, Woman, Kamera, TV, noch irgendwas. Elephant. Nee, das ist sowas. Die Reihenfolge ist egal. Genau, die Reihenfolge ist sogar egal. Aber hier kommen ja Family drin vor und eine Farbe. Family TV war es, glaube ich. Ja, kann sein. Bei Trump. Genau, hier es soll sich einfach Wörter in der beliebigen Reihenfolge wiedergeben. Und das ist eine... Ja, aber das kommt ja nochmal vor in dieser Folge und bei beiden Tests kommt das Wort Family vor und bei beiden kommt Farbe vor. Und hier in dem Fall ist es weiß. In beiden Fällen weiß? Nee, in dem anderen Fall ist es rot. Oh, interessant. Also ich habe diese... Ich habe das überhaupt nicht hergestellt, diesen Bezug. Das ist aber sehr interessant. Weiß und rot. Nein, zwischen diesen beiden Tests. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass dieser Test nachher nochmal vorkommt. Oh, da sind wir in der Heinz auch. Weiß und rot ist ja... Dann denke ich immer gleich an Pennywise. Die Farben der Ernst. Ich denke an Pennyrod. Ja, aber Pennywise kriegt ja... Pennywise kriegt ja später auch nochmal einen kleinen... Weiß ich nicht. Easter Egg. Echt? Dann sag das mal, wenn wir da hinkommen. Jetzt? Achso, ja, ja. Also ich habe auch eins, aber das ist glaube ich nicht das, was du meinst. Gucken wir mal. Okay, wahrscheinlich ist es dasselbe und dann sind wir drauf. Wir haben alle Eier. Easter Eier. Easter, Oster Eggs. Ah. Ja. Das ist ja eine Rückblende, dieser Test. Das hatte ich erst gar nicht gerafft, weil ich dachte, der ist da jetzt wegen dieser... Weil er doch dieses Trauma da hatte. Genau, dieses Shotgun abgefeuert wurde neben seinem Ohr. Aber er hat ja offensichtlich auch davor schon dieses Läuten im Ohr gehabt. Also ich sage dann ja, vielleicht ist es einfach nur Tinnitus, was auch immer das bedeutet, weil Tinnitus heißt ja einfach nur Läuten im Ohr oder Ohrengeräusch. Bei ihm wurde es ja so ein starkes, immer stärker werdendes, dass er sich auch auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Und ich weiß nicht, hörte er dann nicht auch Sachen dann daneben, neben dem? Ähnlich wie Molly. Ständig krasser werdenden Fiepsen, also so ein bisschen ja, Shining-mäßig wie Molly. Hat man am Anfang so ein bisschen gehört, dass er genau wie so düstere, verzerrte Stimmen oder sowas, ja. Ich fand übrigens diese Pflegerin oder Schwester, die da redet am Anfang im Off, man sieht sie hinterher auch, die klangen exakt wie Liv Taylor, fand ich. Tyler. Okay. Aber war sie natürlich da nicht. Aber bevor ich sie gesehen habe, habe ich sofort an Liv Taylor gedacht. Ja, da kommt jetzt nicht so viel raus. Wir setzen das dann nachher nochmal in Bezug. Vielleicht kapiere ich es dann. Oder? Gibt es dazu noch was zu sagen? Nein. Dann kommt eine Totale über Castle Rock und was mir hier gerade mal wieder so bewusst geworden ist, das hat jetzt gar nichts mit Castle Rock zu tun, aber wie Drohnenflüge Film und TV verändert haben. Ja. Es ist ja so ein typischer, also es sei denn, ihr sagt gleich, es ist alles CGI, aber ich glaube, es ist schon echt. Es gibt ja diesen Waldbrand im Hintergrund, das ist mit Sicherheit CGI, aber dann hast du ja so einen Kameraschwenk auf den Ort und dann fliegt oder schwebt so das Bild so ganz langsam durch die Bäume nach unten und das ist so. Ja, Drohnenshots gibt es echt ganz viele mittlerweile. Aber ja, natürlich, also wenn du so eine billige Möglichkeit hast, da jetzt gute Aufnahmen zu machen, ohne einen Helikopter mit Piloten mieten zu müssen, klar, mach's. Ich muss auch gerade so schmunzeln, weil du ja CGI maltest, wo ich denke, was ist wohl das kosteneffektivere, so eine Drohne fliegen und alles in CGI surrendert. Wahrscheinlich die Drohne. Es sei denn, man steckt den Wald dann auch noch wirklich an. Das wollte ich gerade sagen. Ein paar hängter Wald noch. Wie hieß der von, wie heißt noch der Film mit dem schwarzen Loch? Interstellar. Da hat ja auch, der Regisseur hat ja keine Ahnung, wie viel Hektar Mais anpflanzen lassen, weil das ist kein CGI wie der mit dem Pickup durchrasen. Das ist einfach echter Mais, den er dann nachher verkauft hat. Ist wahrscheinlich wirklich sogar billiger, den Wald abzubrennen, als CGI zu benutzen. Aber der hat ja auch die ganze Boeing bei Tenet in die Halle rasen lassen. Ja. Wir berichten darüber. Referenz zum Impuls-Szene. Tenet. Ja. Mit anderen. Und ich komme immer nicht auf den Namen des Regisseurs. So, Nolan? Ja. Christopher Nolan? In beiden Fällen, oder? Ja, genau. In beiden Fällen. Ich habe manchmal so Probleme mit Namen, aber das müsste inzwischen ja klar sein in dem Podcast. Ja, auf jeden Fall schöner Shot da. Schwebeshot und Totale über Castle Rock. Und Henry kommt dann zum Reverend. So beginnt das Ganze. Zoomt dann so auf die Kirche. Und ich war so richtig wichtig ist diese Szene, glaube ich, nicht. Also man erfährt letztendlich, dass er jetzt länger warten muss mit dieser Umbettung wieder zurück auf den Friedhof, weil es ja durch diese aktuellen Ereignisse eine Warteschlange gegeben hat und die kürzlich Verstorbenen jetzt erstmal schneller dran sind und dann zeigt ihm der Reverend im Keller noch das wie eine Es gibt diesen kurzen Exkurs über ich weiß nicht wie Exploding Cards Ja, keine Ahnung, was mit Irgendjemandem manchmal unter bestimmten Umständen passieren kann. Das eigentlich brauchen sie jetzt gar nicht mehr begraben. Ja, der fließt den Abfluss runter. Ja, die können so einfach jetzt so, wenn sie so ein bisschen anheben auf einer Seite. Genau, also der löst sich gerade auf und tropft aus dem Sarg. Ja. Der 30 Jahre alte, die 30 Jahre alte Leiche. Der sagt der sagt halt auch noch selbst, dass das ja sehr ungewöhnlich sei, weil der ja schon so lange verstorben ist. Ich glaube, in Deutschland ist das so, nach 30 Jahren werden Gräber wieder entfernt oder ist das von Ort zu Ort verschieden? Aber das wäre keine Ahnung. Irgendwann werden sie auf jeden Fall wieder neu vermietet. Das stimmt. Genau, ich glaube, wenn ich auf dem Friedhof bin, sieht man halt auch so viele dieser gelben Aufkleber an Grabstätten. Der Kupfer? Nee, so ein bisschen. Da steht da einfach drauf, hier noch mal Kontakt mit dem Friedhofswärter aufnehmen, zwecks, keine Ahnung, Grabpflege oder neu vermieten tust, den scheiß doch nicht, oder? Ja, das ist das falsche Wort, aber du bist ja irgendwie dieses Stück Land, du bezahlst halt für die Nutzung des Landes. Du pachtest, das ist so ein bisschen. Ja, du pachtest, genau. Und da glaube ich halt, also so wie die oft nicht genutzt werden oder nicht gepflegt werden, genutzt werden die irgendwie schon, dass sie nach einer Zeit einfach wieder freigemacht werden. Ich kenne das so, dass es 30 Jahre sind oder es wahrscheinlich sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Das kann sein. Dann müsst ihr Christen unter euch ausmachen. Dann kriegt die Direktorin Theresa Porter einen Anruf, beziehungsweise ich glaube, das ist ein sehr einseitiger Anruf, ich glaube, das ist einfach nur vom Band. Oder sie hört das einfach nur ab. Vielleicht redet er auch auf jeden Fall, hat sie nichts zu sagen von ihrem Chef. Ja. Typisch Privatwirtschaft. Böser großer Konzern. Ja, ja, genau. Also die Motivationsrede besteht darin zu sagen, krieg deinen Scheiß da drüben irgendwie in den Griff. Wir wissen übrigens offiziell von gar nichts. Und das heißt, wenn es schief geht, dann war das alles deine Schuld. I knew nothing. The board knews nothing. Ja, und er sagt ja irgendwie auch noch so, ja, es ist noch viel Platz unter dem Bus. Ja, naja. Auf jeden Fall sind sie nicht amused wegen diesem Amoklauf vielleicht, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass sowas immer schlecht, schlechte PR und so. Ja, ja, genau. Und sie, sie guckt dann nur so apathisch. Und ich glaube, das ist auch das einzige Mal, dass sie auftaucht in dieser Folge. Wozu das führt, sehen wir dann jetzt in der nächsten Szene. Henry installiert ja zu Hause so Überwachungskameras an den Türen, an den Außentüren, um Ruth nicht zu überwachen, sondern zu schützen, weil sie ja nachts so durchs Haus geistert manchmal wegen ihrem, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde mal Sundown Syndrome genannt oder so, also so ein Demenz, die, vor allem nachts schlimmer ist. Und Pangburn gefällt das gar nicht, weil er sagt, du kannst ja gleich einen Chip einpflanzen wie beim Vieh, aber ja. Und es hat ja auch den kleinen Nebeneffekt, dass Henry natürlich nicht nur seine Mutter beobachtet, sondern jeden. Stimmt, ja. Jeden, der die Tür benutzt. Ja. Aber Pangburn bekommt ja dann auch die App, mit der man das überwachen kann und das wird nachher nochmal wichtig. Und da erfährt nämlich Henry dann von dem Effekt, den dieser Call zur Direktorin hatte, denn jetzt wird The Kid entlassen. Das wird gar nicht so richtig gesagt. Wir hören nicht, was die Stimme am Telefon sagt, aber von der Reaktion her kann man das, glaube ich, schon schließen. Ja, es wird halt dann klar, als er vor den, vor diesen Fernseher gesetzt wird, mit dem, mit dem Video, was einen so auf das Leben, Leben außerhalb vorbereiten soll, mit, mit einem Typen, der, ja, hm, was sagt er denn? Also im Prinzip sagt er, denk dir einfach eine gute Geschichte aus, wenn du draußen irgendwo was werden willst, weil wenn du den Leuten erzählst, wo du herkommst, dann geht es nicht voran. Er sagt das nur ein bisschen an der Seite, er sagt, you can frame it. Ja, natürlich. Ich meine, das kann man, äh, das darf, darf die, dieses Unternehmen ja nicht so, nicht so offen sagen, aber, aber die Botschaft kommt hier rüber. Ja. Und das ist so ein, so ein total altes Band, was immer wieder abgespielt wird, offensichtlich, weil das schon so total ausgeleiert ist. Ich habe ihn, äh, Entlassungsmotivations Trainer genannt. ja, danach holt Henry ihn ab. Und dann kommt das Intro. Mhm. Und dann kriegt, äh, das, das Kind, oder the Kid, oder der Junge, oder der Teufel, äh, kriegt ja auch dann so eine Untersuchung, wie Henry früher hatte. Also er wird ja auch untersucht, kriegt auch eine psychische Untersuchung, wo er festgestellt wird, ja, der hat wahrscheinlich so Amnesie und er sollte am besten in seine gewohnte Umgebung, was da ein bisschen lustig ist. Ähm, aber da kriegt er ja auch die Fragen gestellt, ne, also diesen Test mit den Wörtern. Und bei ihm kommt eben auch Familie drin vor und, äh, die Farbe Rot. Und ich meine, in, in der Dark Tower oder so, wird halt Rot auch mit dem Bösen verknüpft und weiß mit dem Guten, den Helden. war so ein bisschen Stephen King dingig. Das kenne ich nicht, der Dark Tower. Aber, ähm, ich weiß nicht mal mehr, ob ich es gestern noch geguckt habe, ähm, wiederholt er die Worte auch oder sagt er gar nichts da? Der wiederholt die Worte. Der wiederholt die auch, okay. Ah, das habe ich aber tatsächlich nicht in Bezug gesetzt, dummerweise, weil es ist der gleiche Test und deswegen hat man ja wahrscheinlich den anderen überhaupt gesehen, dass da die gleichen Worte zum Teil bei waren. Ja, so eine Verbindung Familie war drin und es gab halt bei ihm, beim Jungen kam glaube ich Church drin vor. Weiß aber nicht, was bei Henry vorkam, aber vielleicht hat das halt mit Henrys Vater zu tun, ne? Die Priester. Ja, aber, ähm, um ihn nicht nach, wie hieß diese Irrenanstalt? Juniper Hill? Ja, die es halt immer mal wieder gibt bei Stephen King. Genau. Äh, bringt man ihn zu Molly nach Hause oder in Mollys Büro, schrägstrich, Haus, was er immer. Es ist glaube ich so ein Fabrik, altes Fabrikhaus, könnte natürlich dann auch ein Loft sein, wo er wohnt. So ein Backsteingebäude. Ja, stimmt, er hat ja auch oben dann die Etage gehabt, wo die Matratze lag, war schon geil, ja. Ja, wenn es halt eine aufglasbare Matratze hinziehen. Ja, wäre es ein Loft, so ist es nur ihr. Daran arbeitet sie ja noch. Genau. Aber wir haben eine Szene unterschlagen, das ist nicht so schlimm, weil das ist nämlich eh ein Rückblick. Nach dem Intro kommt direkt ein Rückblick in dem Gefängnisdirektor, Lacey, ich nehme an, bei seinem letzten Besuch wahrscheinlich, bei The Kid am Käfig sitzt und dann aus seiner Sicht diese Geschehnisse nochmal erklärt, nämlich wie The Kid gefasst wurde. Auch am See. Auch am See, genau. In so einer richtigen Pennborn-Henry-Fashion. Genau. Und vor allem kommt ja in dieser Folge so raus, dass das im Prinzip im gleichen Jahr war oder zur gleichen Zeit im Prinzip, wie auch das Verschwinden von Henry war. Das sagt, glaube ich, jetzt hier noch nicht genau, aber später kommt das. Da kommen wir dann nochmal drauf. Uh. Und hier sind aber, das sagt er deswegen hier noch nicht, weil nämlich hier noch so ein Geheimnis, so ein großer Reveal nämlich noch nicht verraten werden soll, der dann nachher kommt, dass The Kid nicht gealtert ist. Der deutet das hier aber schon an, weil er ja schon sagt, ähm, damals sahst du klein aus oder so irgendwas gegen meinen Glauben und heute siehst du immer noch klein aus, aber mein Glaube ist nicht mehr, oder ich bin alt oder sowas sagt er dann. Also das mit Sicherheit der letzte Besuch dann bei ihm, bevor er sich umbringt. Weil er ist nämlich, ähm, über all die Jahre sich jetzt eben nicht sicher, ob er das Richtige getan hat, ihn hier festzuhalten. Er war ja überzeugt, das ist der Teufel, aber jetzt ist er sich nicht mehr so sicher. Ich denke, das baut vor allem auf die letzte Szene dann wieder auf und gibt dann auch einen guten Rahmen, wenn es die erste Szene ist nach dem Intro. Ich finde es ja bescheuert, dass er da seinen, äh, Handschuh ausgezogen hat, um ihm über die Backe zu streichen, so als Zuschauer, der weiß, was passieren kann, wenn man den, den Jungen anfasst. Ja, so, okay. Vielleicht, hm, ja. Also er hat sich deswegen nachher dann, äh, umgebracht. Hm, also wir wissen ja nicht, was, ob der Junge überhaupt irgendeine Wirkung hat oder, ob er einfach nur das Opfer ist. Ja, es gibt ja diese Episode gerade noch mal so, noch mal Szenen, die darauf hindeuten, dass er schon, ja, dass er schon ein bisschen Einfluss hat auf die Weltunsicherung. Also das, das ist doch jetzt irgendwie fast schon die, die nächste Szene. Wo er zu unserer Familie nach Hause geht, oder? Mhm. Stimmt, weil ja, wir waren ja jetzt schon bei Molly und er wird ja dann da zurückgelassen alleine nachts auf diesem Luftbett und dann geht er weg, nachdem die beiden, also Henry und Molly weg sind. Ich hab mir zu dieser Szene nachts, ihr könnt es ja noch mal ein bisschen, bitte näher beschreiben, ich hab mich, ich hab mir da aufgeschrieben, das Rolltreppe bitte schnell. Ja. Ja, also er betritt das Haus von so einer Familie, die, die irgendwie Geburtstag von einem, weiß ich nicht, von einem kleinen Kind feiern und er schleicht sich da irgendwie nur so rein und setzt sich auf den Stuhl im Nebenzimmer und innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden es eskaliert die, die Situation da völlig und die, ich weiß nicht, ob die, ob die sich wirklich umbringen, aber es wird auch handgreiflich und gefährlich und alle schreien. Und da liegt ja auch noch das Messer auf dem Tisch. Ja, genau. Ja, und man hört ja auch so Sachen wie, da steche ich dich eben ab und weide dich aus oder sowas, also die, ja. Ja, oh Gott. Da hab ich auch so ein typisches Stephen King Messer, so Shining. Ja, genau. Shining Messer. Womit machen wir heute den Kuchen? An einem einfach das große Fleischer. Einfach das Fleischer Beil, genau. Boah, aber die Szene, die hat mir echt, die ist mir noch mehr unter die Haut gegangen als diese Amok-Gefängnis-Szene. Also deutlich mehr, weil sie halt nicht so viel zeigt und dann lässt sie der Fantasie einfach freienlaufen. Ja, weil ja auch die Opfer ganz andere sind. Ja, das auch. Da sind zwei kleine Kinder dabei. Ja, du kommst einfach in so eine Familie, die gerade ihren glücklichen Abend feiert und dann schlägt die Stimmung durch, schätze ich mal, die Aura des Jungen einfach komplett um. Und am Ende hörst du dann ja nur noch das Baby-Schreien. Das ist quasi das einzige Lebewesen, das am Ende noch in diesem Raum ist. Also habe ich zumindest für mich so festgelegt, während die anderen sich wahrscheinlich alle gegenseitig abgestochen haben. Und der Kid sitzt dann so ganz creepy im Schneidersitz, nee, oder in der Hocke auf dem Dach. Ja. Wie so eine Fledermaus. Ja. Keine Ahnung, so von wegen, was habe ich jetzt getan oder einfach so, ach, es ist schön frei zu sein. Schon klasse, König zu sein. All das ist meins, nur durch den dunklen Ort da drüben. Ja, sehr, sehr creepy Szene. Das ist nicht das Einzige, was nachts passiert, denn Ruth Diva hat auch so eine, so eine Phase, dass sie total verängstigt ist. Ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, aber sie wird da ja so verängstigt durchs Haus und Alan muss sie dann wieder beruhigen und bringt sie dann wieder ins Bett. Ja. Ich weiß nicht, ob man das dazu in Beziehung setzen könnte, dass sie vielleicht da auch so da durch diese Aura oder so beängstigt ist oder ob es halt wirklich damit gar nichts zu tun hat, weil sie halt... Haben die nicht gesagt, sie hat irgendwie so ein Sundowning-Syndrom, dass sie halt nachts immer komplett, also... Genau. Kann natürlich auch diese Bildsprache von King sein, Tag und Nacht, hell und dunkel. Ja, wahrscheinlich hat es nichts mit The Kid zu tun, weil sie das ja schon auch hatte, als sie ja noch im Gefängnis war. Das ist ja jetzt nichts Neues in seiner Umgebung. Morgen sieht man dann wieder das Waldfeuer oder das... Wie sagt man? Waldfeuer? Waldbrand. Waldbrand, genau. Waldfeuer. Das Waldfeuer. Den Waldbrand. Und da gibt's noch diese Szene, wo Alan sich erinnert, dass er Ruth ein Schachspiel aus Holz geschenkt hat. Und ich dachte erst, ich hatte das erst nicht kapiert, dass das eine Rückblende ist. Ich dachte erst, er sieht das oben und schenkt es ihr noch mal, weil sie sich ja eh nicht dran erinnern kann. Happy Bird. Ich weiß ja, das gefällt dir. Dann hab ich aber kapiert, dass das eine Rückblende ist, wie er es ihr geschenkt hat. Und sie erkennt da, also sie freut sich schon, aber sie erkennt dann auch irgendwie, macht ja gleich so eine Anmerkung, Schach soll wohl bei Demenz helfen oder sowas. Also hat sie schon auch erkannt, dass das irgendwie so einen Effekt haben soll. Und dann sind wir wieder bei Molly im Büro, aber da kommt dann Jackie Torrance rein, die Assistentin oder Mitarbeiterin von Molly. Da dachte ich so, what the fuck? Du kommst ins Büro, siehst da eine Hose liegen und was machst du? Du steckst erst mal die Nase rein. Und sie hat ja auch dann noch, hm, sich gar nicht so schlecht. Wären sie ihre Donnerruhe oder was sein. Sehr maskulin. Skarsgård. Skarsgård. Frisch gewaschen nach 18 Jahren Käfer. Skandinavische Edelgeruch. Wie der Hering, der Schwedische. Oh nee. Sturströming. Frisch aus der Box. Skarsgård. Skarsgård. 18 Jahre vergraben. Ja, haben die dann eigentlich gefögelt? Weiß nicht. Glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Weil man sieht ihn ja seinen nackten Butt und sie liegt auf der Matratze. Und schaut ihn an. Oh. Und dann blendet es aber weg. Mehr sieht man ja nicht. Ja, ja. It leaves all to the fantasy. Diese Folge. Ja, sie findet da aber vorher noch so ein Taschenmesser unterm Kopfkissen, oder? Ich dachte erst schon, sie findet da jetzt dieses Messer von der Familie. Familie? Nein, er hat das ja selber nie in die Hand genommen. Er ist ja gar nicht der Täter. Stimmt. Aber das ist so ein Taschenmesser und das kommt gleich noch mal, wenn Molly kommt. Macht das, glaube ich, Sinn. Wobei ich auch nicht weiß, was das wirklich bedeutet, aber jetzt erst mal blenden sie einfach wieder weg. Und ich glaube, das nächste große Thema ist diese Ehrung, die Alan bekommen soll. Er kriegt eine Brücke oder so. Genau. Nach ihm wird eine Brücke benannt. Hat er, glaube ich, schon in der ersten Folge gesagt. 150 tons of concrete and steel. Und der Tag ist heute. Ja, der Tag, wo auch... Ist das derselbe Hund wie bei Lacey? Nee, das war ja so ein kleiner... Ein anderer, ne? ...zotteliger Hund. Und hier, das ist ja so ein Boxer oder sowas. Oder so ein... Wie heißen die? Diese... Das ist ein Bernardiner? Ja, nee, ja, irgend so was... Ein Berner Sennenhund. Irgend so was Großes. Also, Bernardiner ist ja bei... Wie heißt... Kujo. Ja. Hab ich auch nie gesehen, aber ich hab gelesen, dass es hier mehrere Referenzen in dieser Folge gibt. Auf Kujo. Ja, kann ja sein, dass das auf dem Film ist. Da... Lustig, wenn man den schaut, sieht man, wie sie dem Hund den Schwanz festgebunden haben. Weil der muss ja böse sein. Der hat sich aber die ganze Zeit wohl so gefreut, dass er immer mit dem Schwanz gewedelt hat. Und dann haben sie ihn kurzerhand festgebunden. Ja, dann ist er wirklich böse geworden, hat die Crew umgekommen. Ja, also, Henry wird ja so ein bisschen genötigt von Ruth auch zu dieser Ehrung zu kommen. Er will ja eigentlich gar nicht. Ja, zum Glück. Aber... Ja, zum Glück. Aber dann ist das halt da so eine typische Open Air auf so einem Holzpodest, wie man das aus USA, Kleinstädten so kennt, wo dann der Bürgermeister erst was sagt. Jemand anders ist der Bürgermeister. Ja. Und dann muss Alan selbst noch was sagen, was ihm schwerfällt, weil er kein großer Redner ist. Und dann hat Ruth so eine... Der bellende Hund, der macht ihr... Genau, der macht ihr unheimlich viel Angst. Sie hat ja auch die ganze Zeit vorher schon immer mit diesem Hund, der Hund. Und deswegen hat ja Alan in der alten Folge schon geguckt, ob der Hund noch im... im Grab liegt. Ja. Weil sie hat da immer irgendwas mit dem Hund. Und... Da ist jetzt dann diese Umblendung, wo sie plötzlich nicht mehr auf ihrem Stuhl sitzt, nachdem sie Angst hatte von dem Hund, sondern über die Brüstung springt. Ja. Halt normale Kleinstadtveranstaltungen. Genau. Und... Henry springt direkt hinterher. Genau. Ja. Und wir erfahren ja dann noch relativ schnell, dass sie das Ganze überlebt hat. Ja. Ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht so eine Ruhebrücke, oder? Ja, aber sie ist jetzt auch nicht die sportlichste mehr, ne? Ja, man hat es auch Platschen gehört. Also unten war ja Wasser. Ach. Das ist jetzt hier nicht der Mississippi. Wie bei Helden in Strumpfhosen. Wo Little John im Wasser liegt. Ja, ich kann nicht... Genau. Erfahren wir ja nicht eigentlich auch, dass Henry einen Sohn hat. Kurz danach. Echt? In der fünften Folge. Ja. Ja. Also ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, aber es fällt irgendwann, ja. Das ist ja creepy. Wieso? Einfach so out of the blue. Nee, nee, ich meine was anderes. Du hast doch hier einen Screenshot in den Chat gepostet. Könnt ihr euch daran erinnern? Das muss doch während dieser Ehrung gewesen sein, oder? Also laut dem Recap, was ich offen habe, ist das als Henry die The Kid aus dem Knast rausholt? Aber ich müsste die Folge halt nochmal gucken. Okay, kann auch sein. Aber warum fragst du? Nach dem, nach dieses... Also man sieht... Weil ich mich darin nicht erinnern kann. Und diese... Dieses GIF sieht halt aus, als stünde eine ältere Version von Henry und dem Kid da hinten im Gebüsch rum. Ach so. Ja, deswegen ist es vielleicht auch creepy. Also auf jeden Fall stehen da zwei Leute hinten im Gebüsch. Ein Dunkel- und ein Hellhäutiger. Und der Hellhäutige hat lange dunkle Haare. Das passt ja nicht so zu The Kid, oder? Der hat ja... Aber das ist halt ein bisschen in der Zukunft. Ich meine, der andere Mann ist ja auch deutlich älter als Henry. Auf jeden Fall beobachten die da irgendwie so. Hm. Sorry, jetzt bin ich aber zwischengecratcht, weil ich das Bild jetzt gerade gesehen habe. Wir waren bei... Aber ihr habt das auch nicht gesehen, ne? Nein. Nee, ich kann mich zumindest da jetzt nicht aktiv daran erinnern. Ja, ich nämlich auch nicht. Ich auch nicht. Vielleicht kam es gar nicht vor. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist bei der Erdung vielleicht, aber müsste ich auch nochmal gucken. Aber wenn du sagst... Kann auch sein, keine Ahnung. Okay. Weil da auch so eine Flagge ist oben, dass das auf diesem Platz ist vielleicht. Ah ja, 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 ja. Okay. Ihr hattet gesagt, da kommt jetzt raus, dass Henry ein Kind hat. Das habe ich gar nicht mitbekommen an der Stelle. Ein bisschen später ruft er seine Ex-Frau-Freundin oder so an und sagt, dass sein Sohn Wendel doch hochgeschickt werden könnte, sollte, weil seine Oma es immer schlechter geht. Vielleicht hilft das. der Großmutter oder einfach nur nochmal um die Großmutter als Großmutter kennenzulernen. Keine Ahnung, was die Motivation war. Habe es vergessen. Und bevor wir dann gleich, weil ihr schon sagtet, man erfährt schnell, dass sie es überlebt hat. Vorher kommt aber noch Molly ins Büro, gleichzeitig also praktisch zu dieser Ehrung und findet einen gebauten Käfig. Das habe ich auch erst beim zweiten Mal gucken kapiert. Also, weil ihr hattet ja eben euch schon lustig gemacht, er soll in seine vertraute Umgebung, damit er sich vielleicht wieder erinnert, er hat sich da offensichtlich selbst einen Käfig gebaut, oder? Aus diesen Gestellen. Ja. Da sah das für mich aus. Ja. So ein bisschen wie in Vor. Ja. Nur als Käfig. Nicht zur Sicherheit, sondern, ja. Und da liegen so weiße Seifenreste. Also, so, so, ähm. Und sie hebt das einfach auf und probiert es? Ja, ja. Das ist so eine komische Filmsache, dass Leute da immer alles direkt in den Mund nehmen. Hätten ja auch Drogen sein können, da hätten sie es eingesteckt. Ja, dann hätte sie sich gefreut, das stimmt, ja. Oh, dann hätte sie sich nicht gefreut. Wenn es was ist, Rottengift, also. Ja, es musste ja nicht. Einfach das Grasgrad-Fußnägel. Es musste ja nicht unbedingt umbringen, aber echt, dass die Leute sich immer alles in den Mund stellen. Oder diese Hornhaut, die man bis zum Atten haben kann. Oder wer weiß, wenn er wirklich 18 Jahre in der Kleidung rumgehockt hat, hat er hier einfach ausgezogen, ist es wie Schuppen von den Achseln gefallen. So, jetzt haben wir alle ekligen Sachen durch. Ich glaube, die Kleidung war ja neuerreich. Neu. Ich denke, es war Seife, weil man sieht ja dann später oder direkt danach auf diesem Panorama, ne, wie nennt sich das? Diorama. Diorama, genau, was sie da in dieser Morningshow zeigen wollte oder gezeigt hat. Da ist ja so eine Figur aus Seife, steht da jetzt. auf der Brücke. Stimmt, ja. Auf der Brücke, genau. Auf der Brücke. Genau, die ältere, ältere Dame, die ältere Mutter. Die ältere Mutter. Also Ruth. Genau. Ja. Wie Ruth, genau. Ah, das habe ich auch wieder nicht gedacht, dass es die Brücke ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht der da? Also können wir jetzt vielleicht auch wieder eine Beziehung herstellen, ob er das zumindest gesehen, gespürt hat oder selbst beeinflusst hat. Dass das so eine kleine Voodoo-Puppe war. Mhm. Mhm. Also das hat er ja wahrscheinlich mit diesem kleinen Messer geschnitzt, was vorher... Jackie schon unter dem Kopfkissen gefunden hat. Und ja, dann geht Molly wieder. Ja, die sucht dann halt die beiden und findet auch Jackie und das Kid wieder. Die hören da gerade 100,3, glaube ich, ist die Frequenz im Radio. Das war die Stephen King Senderfrequenz. Genau, das ist Stephen Kings Radiosender. Und Jackie braucht Hasch. Ja. Und das, der Junge steht auf dem Dach. Erst sitzen die noch im Auto und dann erzählt Jackie Torrance nochmal von ihrem Onkel. Da hatte ich ja schon vorhin erzählt, dass das eine Anspielung wohl auf Shining ist, weil Jackie Torrance, also Jack Torrance ist Jack Nicholson in Shining. Und das erzählt sie ja jetzt hier auch, dass ihr Onkel irgendwie mal in einem Wintersporressort Amok lief und sie sich den Namen zugelegt hat, weil er der einzig Nicht-Langweilige in ihrer Umgebung war oder sowas in der Art. Eigentlich heißt sie Diane. Aber The Kid ist wie immer teilnahmslos. Ja, ich meine, gegen ihn, der hat das in einer Nacht gemacht, wofür es den ganzen Winter gebraucht hat in The Shining. Also, ihr geht immer davon aus, dass er das war. Er sagt ja, na kommen wir gleich zu. Vielleicht nicht absichtlich. Hat er eigentlich irgendwie einen Haltungsschaden? Spielt er einen Haltungsschaden? Der hat doch immer die eine Schulter so weit da oben, oder? Keine Ahnung, da fragst du mich jetzt was. Ja. Das heißt, er sieht immer sehr seltsam aus und ich dachte, kommt das von dieser Sitzposition, wo er sich so an den Käfig gelehnt hat? Weiß nicht, der Typ sieht grundsätzlich seltsam aus. Ja, das macht vielleicht auch seine Vergangenheit als Clown. Vielleicht. Na gut. Und dann klettert er wohl aufs Dach, weil wenn dann Molly, also Jackie ruft ja dann Molly an, weil er aufs Dach geklettert ist und sie hat Angst, dass er runterspringen will. Und sie greift ihr dann auch mit ihrer Fähigkeit auf sein Bewusstsein zu. Wir hören das ja dann auch, diese Stimme. Genau. Wir hören ja dann quasi, wie er gefühlt das Leid der gesamten Stadt gleichzeitig in seinem Kopf hat. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, auch er hat, er reagiert da ja wieder gar nicht auf Molly, aber wie wir später erfahren, kommt er ja dann mit ihr wieder runter. Er startet da in diesen Waldbrand, gell? Das sieht man. Der anscheinend, also zumindest hab ich das so verstanden, auch so passend angefangen hat, hat in dem Moment, wo er quasi wieder die Freiheit bekommen hat. Stimmt. Also das ist ja auch so eine Katastrophe von außen, die sich immer mehr zuzieht. So hat es, so hat es ja so den Anschein. Die, die dunkle Bedrohung. Genau. Und jetzt, wo der Teufel ja angeblich wieder frei ist, äh, ist die Stadt auch nicht mehr sicher. Du hast doch immer ein offenes Ohr für Antagonisten. Ja. Kannst du nichts Positives über ihn sagen? Das Problem bei ihm ist, dass er ja nicht versucht zu erklären, warum er Dinge tut. Okay. Okay, verstehe. Vielleicht warte ich da mal noch drauf. Vielleicht wird er ja doch zum Helden der Geschichte. Wer weiß das schon? Ben mag kein Chaotic Evil. Ja doch, ist ja auch okay für mich, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Erklärung. Muss ja nicht alles erklärt werden. Ich glaube ja, dass das irgendwie bei diesem, äh, Verschwindibus und dann wiedergefunden auf dem See Henry Diva 2 geteilt wurde und alles Böse in ihm ist jetzt in dem Kid. Hm. Young Henry. Ich hab verstanden, Young Henry. Young Henry. Nein, Young Henry. Young Henry Ford. Okay, wir können uns ja diese Theorie mal merken. Ey, wie die stimmt jetzt am Ende? Dann, äh, wäre ich sehr überrascht von mir selber. Du hast ja beim letzten Mal auch schon, ähm, eine Theorie geäußert, die in der nächsten Folge eingetreten war. Du hattest nämlich in der Vor, also in der Folge vor der vorherigen gesagt, dass es mit dem Gefängniswärter wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird. Ja, irgendjemand muss ja Marius Schwackel weitertragen. Okay. Aber wenn jemand freiwillig Anwalt werden will, um den Leuten zu helfen, dann weißt du, der macht's nicht mehr lange. Gut, kommen wir ins Krankenhaus. Das ist eigentlich so eine sehr rührende Szene, wenn, wenn, wenn die beiden, also Alan und Henry zu Ruth kommen, die dann wieder aufgewacht ist. Und, ja, viel gibt's da, glaube ich, drüber nicht zu sagen. Nö, man erfährt ja auch wirklich vieles. Über Ruth können sie dann irgendwie doch auch ihre Differenzen beiseite legen. oder halt nicht mehr ganz so konfrontativ miteinander umgehen. Ach ja, was man, genau, was man da vielleicht noch sagen kann, ist, Henry hatte dem Alan ja vorgeworfen, dass er schon, dass er schon lange irgendwie auch zu, als er Kind war, um seine Mutter herum geschwänzelt sei. Aber hier kommt ja daraus an diese Szene, dass er wohl gerade erst seit kurzem mit ihr zusammen ist, weil er hatte ja mit dem Thema abgeschlossen und kam jetzt erst nach quasi knapp 30 Jahren wieder zurück und wurde dann zum Haus gerufen, weil da irgendwie Schüsse gefallen seien und dann hätte sie ihn angefläht, bei ihr zu bleiben oder so irgendwas, weil sie da halt auch so eine Phase hatte. Aber er sagt ja auch am Schluss zu dem Jungen, dass er irgendwie seit über 30 Jahren im Prinzip auf die, auf diese Frau wartet. Stimmt, ja genau. ich habe ihr einen Ring geschenkt vor 30 Jahren oder so was sagt oder gekauft und das hat sie aber abgelehnt oder so was. Also es ist ihm ja jetzt nicht irgendwie erst vorgestern eingefallen, dass er die Frau ganz gut findet. Ja, aber dass die jetzt wirklich zusammen wohnen ist ja jetzt erst seit einiger Zeit. Abends kommt dann kommt dann Hendry nach Hause immer noch mit diesem achso, er hat auch so ein OP-Hemd oder so ein Schlafhemd aus dem Krankenhaus an, weil der ja ins Wasser gesprungen war. hat er immer noch an und da wartet Molly auf ihn, denn sie weiß ja, wo der Schlüssel liegt unter dem Frosch oder unter der Ente, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall liegt der Schlüssel ja draußen. Wir wissen ja schon, dass sie das seit Kindestagen weiß. denn es geht um The Kid, denn sie erzählt ihm jetzt genau das, was Ben eben schon erzählt hat, dass er irgendwie seltsam ist. Das wussten wir ja nicht. Ach, danke. Puh, was ein Glück, dass sie uns das erklärt hat. Nein, sie erzählt ja mehr, sie erzählt ja Details, dass sie spüren kann, dass er irgendwie genau dieses Gesamte oder diese, irgendwas stimmt mit dieser Frequenz nicht oder so, sagt sie doch. Oder diese, sie kann von Henry die Frequenz zum Beispiel besser wahrnehmen als von anderen, aber bei ihm es stimmt irgendwas nicht. So sagt sie das ja. Ja, bei ihm hört sie irgendwie alles auf einmal. Also so, als würde sie so den Schmerz von jedem in der Stadt wahrnehmen. Als wäre er so eine Art Satellitenschüssel oder Katalysator oder so. Also ich glaube, alle können sich der Analyse mit dem Jungen stimmt was nicht anschließen. Ja, aber Henry glaubt ihr ja jetzt gar nicht, dass sie Gedanken lesen kann und deswegen muss ich es ihm erstmal nochmal bereisen. Gut, nachvollziehbar. Also würde ich jetzt schon auch irgendwie so ein, zwei, ein, zwei Indizien sehen wollen, wenn wir das jemand erzählen. Genau, aber so richtig beeindruckt kann er nicht sein, nachdem sie es ihm bewiesen hat, indem sie sagt, woran er sich gerade, woran er gerade denkt, weil dann The Kid in der Tür wieder steht. Ja. Und den bringt Alan jetzt in den, was ist das, ein Geräteschuppen oder ein Gästehaus? Also nicht zu Hause, ne? Ist nicht das gleiche Haus, aber im Garten dann so ein bisschen mehr als ein Schuppen, also vielleicht so eine Garage, wo oben noch so ein Gästezimmer ist oder so. Steht ein altes Klavier und das kann The Kid spielen und dann sagt er sogar, aber was? Er sagt, er erinnert sich wahrscheinlich, dass er Klavier spielen kann an dieses Stück. Und dann kommt das Finale. Oh ja. Alan bedrinkt sich auf der Brücke und schraubt sein Schild ab. Und schaut dann in seine coole neue App, die er ja bekommen hat. Genau. Und dann sieht er da nicht die Frau, die er erwartet hat zu sehen, sondern er sieht plötzlich so ein, ja, weiß ich nicht, kein richtiges Bild, also es sah jetzt für mich nicht so aus, wer wirklich da ist, sah mehr wie so ein, weiß ich nicht, Geisterbild aus, dass er plötzlich The Kid auf dem Video, auf dem Videobild eben erkennt. Das habe ich nicht so verstanden. Das kontrolliert doch die Eingänge, oder? Und er ist da halt rausgegangen in den Wald. Deswegen ist dieser Alarm losgegangen. Man könnte sich höchstens fragen, warum ist diese Kontrolle auch an der Garage? Aber er sieht doch auf dem Kamerabild das Kind. Ja. Weil es durch die Tür gegangen ist, nach außen. Genau. Oder was man sagt. Egal wo, er sieht auf jeden Fall, dass der fiese Junge, der fiese Möp ist, äh, bei Ruth zu Hause. Genau. Wie, das ist eigentlich ganz nett. Er ist still zuvorkommend. Read the room. Ja, nächste Szene steht direkt vor ihm. Also ist auch irgendwo im Wald. Hat ihn weit abgefangen, genau. Genau, da ist ja der Erzähl. Er hat ihm ja, wie er damals Lacey angehalten hat und dann den Kofferraum geöffnet hat und auch noch, da sagt er wirklich, du bist, heutzutage bin ich irgendwie ein alter Mann, aber du bist keinen Tag gealtert. Ja, und das ist der große Reveal da, finde ich. Genau, weil das ist nämlich 27 Jahre her. Ja, und das ist die, die, der Bezug zu It. It, okay, da haben wir doch den gleichen gemeint. Weil It ja auch alle 27 Jahre zukommt. Genau, Das hatte ich auch schon in der ersten Folge gesagt, weil da stand irgendwo 27 years later. Oh, Klauen. Das doch, die erste Folge ist schon 27 Jahre her. Aber für uns ja. Okay. Ja, und ich finde, das ist eine schöne Klammer zu der ersten Szene nach dem Intro, weil man da die Geschichte im Prinzip ja auch erzählt bekommt vom Warden, nur jetzt eben auch nochmal, er trägt jetzt so dieselbe Schuld irgendwie in sich, weil er halt den Warden hat fahren lassen in dieser Nacht mit dem Kit im Kofferraum und er sich halt auch seitdem Vorwürfe macht oder halt nicht weiß, ob er das Richtige getan hat oder nicht. und dann gipfelt dieses Gefühl in die Frage Are you the devil? Und der Junge sagt Nö. Nö. Nö, bin ich nicht. Aber ich kann ihr helfen, Anakin. Ja, also er meint damit natürlich Ruth, also die Mutter und er meint damit, ich kann ihr helfen, weil ihr geht's ja nicht so gut. I have knowledge from Darth Plagueis the Wise. Ja, have you heard the story of Darth Plagueis the Wise? Genau, das sagt er, als dann Pengburn eine Pistole auf ihn richtet. Genau, das sagt er dann. Komisch, dass er das genau in dem Moment dann sagt. Ja, also da, genau, da hab ich mich jetzt auch gefragt, ist das jetzt einfach, ist das jetzt einfach ganz cooles, ich will mich aus dieser Situation rausfinden, aber das würde irgendwie nicht so richtig zu ihm passen oder er würde einfach gar nichts sagen. Nö, das glaub ich auch nicht. Lügen wird er, glaub ich, nicht. Ja, weil er hinterher schiebt er noch dieses, ähm, du hast keine Ahnung, was hier eigentlich passiert oder irgendwie sowas, eine Frage. Stimmt. Ja. Und damit wie meint er den Zuschauer? Das ist irgendwie so Lost-mäßig. Hier passiert irgendwas. Damit meint er auch den Zuschauer. Ja, ist ja auch so, ne? Alan, Alan wie auch der Zuschauer werden beide älter, haben beide keine Ahnung, worum es geht. Mhm. Das war's. Das war's. See ya. Gott Glenn fand ich super in dieser Episode. Ja. Hat mir durchaus gut gefallen, den mag ich eh. Aber auch gerade in dieser letzten Szene. Ja. Ansonsten fand ich sie nicht so stark beim zweiten Mal schauen. Ich weiß nicht, wie ging euch das beim ersten Mal schauen? Ach, gelangweilt habe ich mich nicht während der Folge, aber es war jetzt keine, keine besonders spannende Folge oder so. Also es war jetzt nicht, nicht, dass ich irgendwie die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit unglaublich aufgeregt war oder mir am Ende der Folge dachte, boah, krass. Mhm. Aber, aber schlecht, also schwach fand ich die Folge nicht. Es war halt kein, kein besonders ähm, hohes Tempo oder nicht so eine Knalleffekt-Szene wie, wie, äh, in der, in der Episode davor. Aber, ja, also gelangweilt habe ich mich. Es sind ja durchaus Dinge, Dinge passiert, aber es war halt nicht, nicht so Knalleffekt. Genau, die war sehr ruhig. Ich fand halt, die hatte vor allem viel so bedrückende Spannung. Dadurch hat die gewirkt. Schon durch dieses Wald, ich sage schon wieder Waldfeuer. Durch diesen Waldbrand, wo das Ganze eingerahmt war und dann immer diese, diese, diese creepy Szene da, wo er auf dem Dach sitzt und so. Also das hat sich also. Ja, finde ich, passt auch super eben zu dem, zu dem Inhalt, ne, dass jetzt halt der Kid rausgelassen wird aus dem Knast, aus, äh, dem Käfig, der, der ihn noch zurückgehalten hat. Und wenn jetzt halt direkt alles so explodieren würde oder Schlag auf Schlag gehen würde, wäre mir persönlich auch zu schnell. Deswegen dieses langsame, bedrückende und so, so ein bisschen Foreshadowing mit der Familie bei dem Kindergeburtstag, ähm, fand ich ziemlich gut. und für mich ging die Folge sehr schnell rum irgendwie. Mhm. Weil ich hab, war auch sehr angespannt die ganze Zeit, ne, auch wenn, ähm, hier die, die Nichte vom Shining-Autor, äh, morgens früh in das Büro kommt und er tritt auf einmal Arsch splitternackt auf sie zu und sie liegt da so eigentlich ja sehr verletzlich auf der, auf der Luftmatratze, hab ich auch damit gerechnet, dass irgendwas Schlimmes passiert, ne, die Anspannung war da und dann ist aber da alles gut gegangen. Mhm. Das war mehrmals auch in, in der Folge, so auch am Ende, als, als, äh, eben bei Ruth zu Hause ist. Fand ich sehr gut, immer dieses Spielen mit, oh, passiert was Schlimmes, ah ne, jetzt nicht, aber man hat eben gesehen bei der Familie, dass durchaus etwas Schlimmes passieren kann. Ja. Vielleicht nochmal zum Titel zurück. Wieso jetzt Ernte? Ja, Waldbrand, ne? Waldrodung. Keine Ahnung. Ja gut, weiß ich nicht, vielleicht erntet der Junge gerade. Man erntet jetzt was vor 27 Jahren gesät wurde. Genau. Okay. Der holt jetzt die Ernte ein, indem er die ein oder anderen Leute halt einfach einschnutzelt. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht klärt sich das ja noch. Ja, ich hab überlegt, ob das auch wieder so ein Stephen King Anspielung ist auf diese, ähm, ich hatte ja schon ein paar Folgen zuvor gesagt, dass da diese, diese Kinder, Kinder des Zorns oder Kinder, ich glaube, auf Englisch heißt es ja Korn. Kinder des Korns? Ja, genau. Ich glaube, auf Englisch heißt es irgendwie anders. Ob das damit was zu tun hat, die Anspielung ist. Ich glaube, insbesondere diese ganzen Anspielungen, das sind hauptsächlich Easter Eggs auf irgendwelche Stephen King Sachen. Ja, ja. Bin ich aber nicht gut genug drin. Man könnte es auch Fanservice nennen, aber ich würde es in dem Fall hier sogar Easter Eggs nennen. Ist ja auch nicht von Disney. Weil, nee, ist nicht, dann würde es wahrscheinlich auf Disney laufen, als von Disney wäre. Ah. Wobei, gerade kam, Disney lizenziert jetzt wieder an andere, weil sie gemerkt haben, dass sie dann mehr Geld verdienen. Das stimmt, ja. Das ist ja einfach nicht langfristig genug. Die können das Spiel doch viel länger treiben als Netflix. Das stimmt. Aber jetzt ist doch hier wieder, jetzt ist doch, der eine Bob ist doch jetzt weg und der andere Bob ist wieder da. Genau. Das ist das Beste bei so einem Unternehmen. Ich sehe immer alle zwölf bis 18 Monate die Strategie über den Haufen werfen und das kann nicht sein. Aber Bob bleibt. Bob bleibt. Der Baumeister. Das ist die Voraussetzung für den Posten. Bob heißen oder die Bereitschaft, sich umtaufen zu lassen. In Bob. Ingel, Tangel, Bob. Na gut. Das aber ist Disney. Ja, das würde ich sagen ist die Erklärung, die man gelten lassen kann für Harvest. Ich habe sonst auch keine andere. Nö. Passt. Das kann nur die einzige richtige sein. Haben wir demokratisch abgestimmt? Passt. Irgendwas Bibelmäßiges könnte ich mir da halt auch wieder noch vorstellen, aber geht ja auch in die Richtung, wie Phil sagte. Ja. Na gut, ne? Ja, mir ist jetzt immer noch nicht klar, ob The Kid das Böse oder das Opfer ist. euch wahrscheinlich auch nicht. Aber... Er kann ja das Opfer des Bösen sein. Und wenn er dann halt die Sachen weiter verbreitet, ohne selber was dafür zu können, ist er dann selber böse oder nicht? Er ist dann ja quasi die Waffe. Des Bösen? Ja. Nur ein Meister des Bösen, Darth. Ja, was hier jetzt noch so ein bisschen rauskommt, ist, dass diese 27 Jahre, dass The Kid eben gleichzeitig im Prinzip aufgetaucht ist, wie Henry verschwunden und wieder aufgetaucht ist. Okay. Dann? Dann hören wir die nächste Folge demnächst, die da heißt in Englisch und in Deutsch gleich Filter. Filter? Mit P-H? Nee, mit F. Der Phil in Filter. Oh. Ja, mein Name ist wie Jan, nur mit einem N. Ja, ne? Ja. Ja, gut. Das wäre ja auch Zeit. Die Leute haben hier schon abgeschaltet. Wir werden auch nicht mehr besser. Und wir werden nicht mehr jünger. Falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, dann jetzt abschalten. Abschalten. Oh Gott. Ciao. Bis dies. Klick, 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 klick. Wir können uns gar nicht alle verabschieden. Das kannst du ja jetzt noch machen. Ach so, tschüss. Tschüss. Adios, Saksos. 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 Vielen Dank.